Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für eingelegte Holzäpfel. Eingelegte Holzäpfel Kümrisch Afalau-Surbach-Wedi-Piklo ist ein klassisches kümrisches, walisisches Rezept für in Würzessig eingelegte Holzäpfel. Für 5 Gläser werden folgende Zutaten benötigt. Für den Würzessig 700 ml Weißweinessig Zimtstange 1-2 Muskatnuss Sternanis 6 Pimentkörner 3 gemahlene grüne Kardamomkapseln 6 schwarze Pfefferkörner 4 Streifen Zitronenschale Daumengroßes Stück Ingwer Früchte 2 kg Holzäpfel 300 g Zucker Folgende Utensilien werden benötigt. Messer Schneidebrett Mehrere Töpfe Schaumlöffel 5 bis 6 Einmachtgläser Zubereitung Vorbereitung Den Ingwer schälen und in Scheiben schneiden, die Holzäpfel halbieren und entkernen, die Einmachtgläser sterilisieren. Fertigstellung Alle Zutaten für den Gewürzessig miteinander vermischen und in einem Topf zum Kochen bringen. Von der Platte nehmen und beiseite stellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Sobald er erkaltet ist, durch ein feinmaschiges Sieb abseien, um die Gewürze zu entfernen. Die Holzäpfel mit 600 ml Gewürzessig in einen Topf geben. Alles zum Kochen bringen und 10 Minuten bei kleiner Flamme köcheln lassen. Die Früchte sollen noch etwas Biss haben. Die Früchte mit einem Schaumlöffel aus dem Essig nehmen und in die sterilisierten Gläser füllen. Den Zucker zu dem Essig geben und erhitzen, bis sich der Zucker in dem Essig aufgelöst hat. Dann 3 Minuten durchkochen. Von der Platte nehmen und den Sirup und über die Früchte gießen. Die Gläser sollen vollständig gefüllt sein. Die Gläser verschließen und mindestens 2 Wochen dunkel und kühl wegstellen. Besonders lecker als Beilage zu vielen Hauptspeisen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!